Nummer 5. Duschplattformen aus frischem, mit Autoklaven imprägniertem Kiefernholz, durch ein Verfahren, bei dem chromfreie Salze verwendet werden, um das Produkt haltbar und schimmelresistent zu machen, ist ein Produkt mit FSC-Zertifizierung. Die Gehbänder sind rutschfest gerendelt. Mist 50 cm x 50 cm. Ideal für Außenbereiche. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4. Diese komfortable Plattform ist vollständig aus Kunststoff gefertigt und leicht zu reinigen. Ideal für Sonnenduschen im Freien, weniger für Duschen in Innenräumen, da es sehr leicht ist. Mist 60 x 60 cm. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Diese Plattform ist vollständig aus massiver Buche gefertigt. Jede Latte ist mit Edelstahlschrauben verschraubt. Es hat eine besonders entspannende Rändelung, die Oberflächen sind handgefertigt. Die Latten werden mit Edelstahlschrauben mit einer speziellen wasserabweisenden Behandlung verschraubt. Das Produkt wird bereits montiert geliefert. Die Abmessungen betragen 58 x 58 cm. Es ist ein in Italien hergestelltes Produkt. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Diese schöne Plattform hat ein rutschfestes Design. Neun Gummifüße sorgen dafür, dass das Trittbrett einen sicheren Anti-Rutscheffekt hat und die Oberflächen vor Kratzern bewahrt. Das Trittbrett misst 50 x 50 cm, wird bereits mit Gummifüßen montiert geliefert, ist aus stabilem Bambusholz gefertigt, verliert mit der Zeit keine Splitter, wird mit einem feuchten Tuch abgewaschen und trocknet schnell, wenn es nach Gebrauch senkrecht aufgestellt wird. Bambusholz ist resistent gegen Flecken, Gerüche und Bakterien. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1. Die Duschplattform von Asinox misst 80 x 50 cm. Die Konstruktion ist definitiv solide, von großer Professionalität. Es ist die beste rechteckige Duschwanne, die von den Benutzern sehr geschätzt wird. Sie hat Plastikfüße im unteren Teil, über die gesamte Breite, ist stabil und 4 cm vom Boden abgehoben. Sie ist aus gutem Holz gefertigt, widerstandsfähig und angenehm anzufassen. Ein ausgezeichnetes Produkt. Empfohlen. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.